Deutsch lernen durch Hören Übung macht den Meister Wenn man besser werden will, muss man nur oft genug üben. Kennst du das? Die Eltern sagen oft, nun üb doch mal. Oder üben, üben und nochmals üben. Also Übung macht den Meister. So kann die Redewendung verwendet werden. Lena sucht ein neues Hobby. Ihr ist oft langweilig und sie möchte die freie Zeit nutzen. Deswegen hat sie sich eine Gitarre gekauft. Doch Gitarre spielen ist nicht so einfach. Lena muss mehr üben. Sie übt jeden Tag und spielt immer neue Lieder. Irgendwann ist sie richtig gut. Sie spielt ein Lied für ihren Freund Robin. Wow, das klingt so schön. Wie hast du das gelernt, so gut Gitarre zu spielen? Fragt er sie. Lena antwortet, das war nicht einfach. Am Anfang konnte ich gar nicht gut spielen. Ich habe jeden Tag mehrere Stunden geübt. Das verstehe ich, antwortet Robin. Übung macht den Meister. Deutsch lernen durch Hören Deutsch lernen durch Hören Hören Deutsch lernen durch Hören